Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Oh ja, so sieht das Herz Gottes heute aus. Gott ist für Sie. Gott hält nach Ihnen Ausschau. Als der verlorene Sohn nach Hause kam, rannte der Vater auf ihn zu. Gott ist ein guter Gott. Und Mephibosheth, sein Name bedeutet, aus dem Mund kommt Schande. Jahrelang war aus seinem Mund Schande gekommen. Er war ein Prinz, aber er lebte nicht nach seinen Vorrechten. Er war ein Prinz, aber er lebte wie ein Bettler. Und als er hörte, dass Pferde und Wagen zu seinem Haus kamen, dachte er, Oh nein, sie haben mich am Ende doch noch gefunden. Jetzt haben sie mich doch gefunden. Und dann flog die Tür auf und Davids königliche Wache stand da in Uniform und fragte, Bist du Mephibosheth? Und der Hund schaute ihn an. Komm mit, König David will dich sehen. Und er dachte, das war's. Er hat mich doch gefunden. Genauso denken die Menschen auch über Gott. Wenn jemand sie zum Gottesdienst einlädt, denken sie, Oh nein, jetzt hat er mich. Und in der Bibel steht, wollen wir die Geschichte weiterlesen? Also, schlagen Sie Ihre Bibel auf. Das steht alles in Ihrer Bibel. Schlagen wir 2. Samuel 9 auf. 2. Samuel 9. Wenn Sie es nicht finden, hören Sie einfach zu. Tun Sie nicht so, als würden Sie mitlesen, wenn Sie nicht wissen, wo es ist. Das macht nichts. Hören Sie einfach zu. Vers 1. Und David sprach, ist noch jemand übrig geblieben vom Haus Sauls, das sich Gnade an ihm erweise um Jonathans Willen? Okay, und jemand sagt, ja, Mephibosheth. Vers 5. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus Lodebar holen, aus dem Haus Machias, des Sohnes von Amiel. Sagen Sie, Lodebar. Was bedeutet das? Kein Garten oder kein Wort. Und Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, kam zu David. Und er fiel auf sein Angesicht und verneigte sich. Und David sprach, Mephibosheth. Er aber sprach, siehe, dein Knecht. Stellen Sie es sich vor. In all den Jahren hatte er gehört, David sei hinter ihm her. Man hatte David für den Tod seines Vaters verantwortlich gemacht. David sei schuld. Sein Vater war übrigens durch die Philister gestorben und nicht durch David. Es gab all diese falschen Anschuldigungen gegen David. Und genauso hören viele Leute Schlechtes über Gott, dass Gott Unfälle schickt und dass Tsunamis oder Erdbeben eine Strafe Gottes sind. Und der Teufel lacht sich ins Fäustchen, weil der Mensch so dumm ist. Gott ist ein guter Gott. Gott liebt Sie. Stellen Sie sich also vor, wie Mephibosheth vor König David kniet. Und David fragt, bist du Mephibosheth? Und er zittert. In der Bibel steht er viel auf sein Angesicht. Er lag auf dem Boden und schaute nicht einmal auf. David sagt, Mephibosheth, siehe, dein Knecht. Eine große Pfütze. Sie müssen Ihre Fantasie benutzen, wenn Sie die Bibel lesen. Amen? Schauen Sie, was David sagt. Das ist so schön. Er erwartete ein Gericht, aber David sagte zu ihm, Vers 7, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Das Erste, das David sagt, ist, hab keine Angst. Hab keine Angst. Wenn Sie Ohren haben zu hören und zu Gott kommen, selbst wenn Sie gesündigt haben, sagt Gott zu Ihnen, hab keine Angst. Hab keine Angst. Denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen, und will dir alle Felder deines Vaters Saul wiedergeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Hören Sie zu. David sagt zu Mephibosheth, diesem lahmen Jungen, hab keine Angst. Ich will dir Gnade erweisen, um deines Vaters Jonathan willen. Gott spricht laut und klar zu Ihnen. Alle Segnungen, die Gott für Sie bereithält, wird er Ihnen geben. Er wird Ihnen Gnade erweisen, nicht um Ihrer selbst willen, und nicht, weil Sie gut sind, sondern weil Gott gut ist und weil das Werk von Jesus am Kreuz gut ist. Gott wird Ihnen um Jesu Willen Gnade erweisen. Gott wird Ihrer Familie um Jesu Willen Freundlichkeit erweisen. Gott wird um Jesu Willen Ihren Körper heilen und Ihre finanzielle Situation segnen. Es geht nicht mehr darum, wie gut Sie sind, sondern wie gut das Werk von Jesus am Kreuz ist. Ich will dir Gnade erweisen, um Jonathans Willen. Hab keine Angst, Mephibosheth, sagt David. Ich will nur, dass du täglich an meinem Tisch isst. Und wenn du mit deinen lahmen Füßen an meinen Tisch kommst, dann muss ich deine Füße nicht sehen. Steck sie unter den Tisch. Niemand wird deine Füße sehen. Niemand wird deine Sünde sehen. Niemand wird deine Schwäche sehen. Wenn du zum Tisch kommst, schauen alle nur auf das Essen. Denn wenn die Wahrheit ans Licht kommen würde und wir unter den Tisch schauen, dann sind alle lahm. Alle haben gesündigt. Denken Sie nicht an Ihre Lahmheit. Zeigen Sie sie nicht. Konzentrieren Sie sich auf das Essen. Wenn Sie davon essen und den Leib des Herrn unterscheiden, werden Ihre Füße geheilt. Sie werden geheilt. Sie werden gesund. Und Sie können mit Gott wandeln. Essen Sie täglich am Tisch des Herrn. Das tun Sie gerade. Sie nehmen das Wort auf. Im Haus von David gab es auch einen Diener namens Ziba. David rief nach ihm. Ziba, Ziba, essen! Und Ziba kam herein. Ziba sagte, ja, Herr. Und David sagte, Mephibosheth wird von nun an täglich an meinem Tisch essen. Aber du und deine Söhne und deine Diener sollen auf seinen Feldern für ihn arbeiten. Ihr sollt arbeiten. Und was ihr erarbeitet, soll ihm gegeben werden. Dem Diener gibt er Befehle. Dem adoptierten Sohn gibt er keinen Befehl, sondern sagt, hab keine Angst. Worte der Gnade. Sie sind Gottes Söhne und Töchter. Seinen Dienern gibt Gott Befehle. Aber zu ihnen spricht er in Gnade. Wenn Ziba also 15 Söhne und 20 Diener hat, sind das zusammen wie viele Leute? 35. Sieben mal fünf. Vollkommene Gnade. David sagt, die vollkommene Gnade wird dir dein Leben lang dienen, Mephibosheth. Die vollkommene Gnade wird dir dienen. Gott lässt seinen Sohn nicht arbeiten. Aber Pastor Prince, was meinen Sie mit Diener und Sohn? Sind wir nicht alle Diener Gottes? Nein, nein, wir sind zuallererst Kinder Gottes. Wenn Sie ein Kind Gottes sind und Ihr Jackett ausziehen und Menschen wie ein Diener dienen, liegt darin Herrlichkeit. Wenn ein Prinz wie Prinz William sein Jackett auszieht und stehen bleibt, um Menschen am Straßenrand beim Graben oder so zu helfen, dann liegt darin Herrlichkeit. Wenn sich ein Diener oder Arbeiter wie ein Arbeiter verhält, ist das nichts Besonderes. Aber wenn ein Königssohn seine Ärmel hochkrempelt und anfängt zu arbeiten, liegt darin Herrlichkeit. Wenn ein Sohn Gottes anfängt zu dienen, liegt darin Herrlichkeit. Wenn ein Sohn zum Diener wird, liegt darin Herrlichkeit. Aber danach ziehen Sie Ihr Jackett wieder an und sind immer noch ein Sohn. Selbst wenn Sie wie ein Diener dienen, sind Sie ein Sohn. Sie sind zuallererst ein Sohn. Hören Sie, Freunde. Aber der Teufel will, dass Sie das vergessen. Der Lieblingstrick des Teufels ist es, dafür zu sorgen, dass Sie vergessen, wer Sie sind. Als Mephibosheth fallen gelassen wurde, war er immer noch ein Königssohn, nicht wahr? Als Mephibosheth in Lodebar aufwuchs, war er immer noch ein Königssohn. Als Mephibosheth zu David gebracht wurde, war er immer noch ein Königssohn. Wissen Sie was, Freunde? Sie sind immer ein Kind Gottes. Sie sind ein Kind Gottes. Amen. Aber der Teufel wird immer wieder zu Ihnen kommen und Sie anbrüllen. Er will dafür sorgen, dass Sie sich nicht als Kind Gottes fühlen. In der Bibel lesen wir, dass Gott den Himmel öffnete, nachdem unser Herr Jesus getauft worden war und für alle hörbar diese Worte sagte. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und gleich danach ging Jesus in die Wüste und wurde 40 Tage und Nächte vom Teufel versucht. Und der Teufel kam mehr als einmal zu Jesus mit den Worten, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Der Teufel lässt ganz absichtlich das Wort Geliebter weg. Der Teufel darf Sie nicht daran erinnern, dass Gott Sie liebt. Denn je mehr Sie sich bewusst sind, dass Gott Sie liebt, desto mehr ermächtigt Sie das, im Leben zu herrschen. Unsere jungen Leute brauchen die Anerkennung ihres Vaters. Sie brauchen die Anerkennung ihrer Eltern. Deswegen geraten viele junge Leute in Banden. Sie suchen sich die falschen Freunde. Aber nicht, weil sie das cool finden. Warum wollen sie cool sein? Weil sie akzeptiert werden wollen. Wenn du mich cool findest, akzeptierst du mich vielleicht. Sie suchen die Anerkennung, die sie von ihrem Vater nie bekommen haben. Selbst Jesus hat von seinem Vater Anerkennung bekommen. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich sage Ihnen, die Anerkennung ihres Vaters wird Sie ermächtigen, im Leben zu herrschen. Und auch wenn Ihnen Ihr irdischer Vater keine Anerkennung schenkt, hören Sie auf die Stimme Ihres himmlischen Vaters. Er sagt heute zu Ihnen, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Hören Sie, der Teufel will das nicht hören. Der Teufel will, dass Sie daran zweifeln, ob Gott Sie liebt. Er hat die Frechheit, sogar zu Jesus zu gehen und es zu probieren. Jesus hat gerade die für alle hörbare Stimme des Vaters gehört, die sagte, du bist mein geliebter Sohn. Und im nächsten Moment kommt der Teufel zu Jesus und sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Und Jesus sagt, Teufel, ich muss nichts leisten, um zu beweisen, wer ich bin. Sie haben nicht gehört, was ich gesagt habe. Ich muss nichts leisten, um dir zu beweisen, wer ich bin. Nein, Sie haben nicht gehört, was ich gesagt habe. Ich muss nichts leisten, um zu werden. Ich bin. Ich bin der Sohn Gottes. Für Jesus wäre es kein Problem, die Steine in Brot zu verwandeln. Für Jesus wäre es kein Problem, herunterzuspringen und sich von den Engeln auffangen zu lassen. Aber dann würde er etwas leisten, um zu beweisen, was er ist. Er würde leisten, um zu werden. Dann wären wir wieder bei der Leistung. Und das will er nicht. Nein, nein, er weigert sich. Der Teufel versucht ihn, indem er sagt, tu es, weil du daran zweifelst, dass du der Sohn Gottes bist. Aber er sagt, ich spiele dein Spiel nicht mit, denn ich bin der Sohn Gottes. Sie müssen das Spiel des Teufels nicht mitspielen. Und denken Sie, damit wäre der Teufel fertig? Er ist noch nicht fertig. Er ist noch nicht fertig. Er verließ Jesus für eine Weile, steht in der Bibel. Aber wissen Sie, wann er zurückkam und zu Jesus sagte, wenn du der Sohn Gottes bist? Wissen Sie wann? Am Kreuz. Am Kreuz. Lesen wir diese Stelle im Matthäus-Evangelium. Matthäus 27, Vers 36. Und sie aßen dort und bewachten ihn. Und sie befestigten über seinem Haupt die Inschrift seiner Schuld. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten, der andere zur Linken. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust. Rette dich selbst, wenn du Gottes Sohn bist. Der Teufel war immer noch da. Sogar am Kreuz versuchte der Teufel, ihn noch zum Zweifeln zu bringen. Und der Teufel hat seine Methoden bis heute nicht geändert. Er kommt zu ihnen und sagt, wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, warum passiert dann dies und das? Zweifelst du wirklich nicht, dass du es nicht sein könntest? Warum tust du nicht etwas, um es zu beweisen? Hören Sie? Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab! Nächster Vers. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, Anderer hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Und wir wollen ihm glauben. Hören wir, was Sie als Nächstes sagen. Er hat auf Gott vertraut. Der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Vergessen Sie nicht, was sagten Sie? Soll Gott ihn befreien, denn er vertraut ja auf Gott. Wissen Sie was? Sie merken es nicht, aber Sie erfüllen eine biblische Prophetie. Gehen wir zu Psalm 22. Schlagen wir Psalm 22 auf. Der beginnt so. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, Vers 1. Psalm 22 ist ein Psalm über unseren Herrn Jesus. Am Kreuz. Als er rief, mein Gott. Es sind die gleichen Worte, die er am Kreuz rief. Am Kreuz rief Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat Jesus das am Kreuz gerufen? Und warum so laut? Damit wir alle wissen, dass er unseren Platz eingenommen hat. Sonst sprechen immer wir den Vater von Jesus als unseren Gott an. Hier hat Jesus zum ersten Mal Gott so angesprochen. Normalerweise hat er zu Gott Vater gesagt. Aber hier sagt er zum ersten Mal, mein Gott. Er sagt, warum hast du mich verlassen? Damit wir alle wissen, dass Gott ihn verlassen hat, weil er unsere Sünde auf sich genommen hat. Und damit wir wissen, dass Gott uns nie mehr verlassen wird. Denn wir haben seinen Platz eingenommen und er unseren. Verstehen Sie das? Im Alten Testament sah Mose Gott nur von hinten. Warum? Weil Gott unter dem Alten Bund immer weggeht. Er geht immer weg. Denn wenn sie sündigten, ging Gott weg. Wenn sie sündigten, ging Gott weg. Gott kann nicht bleiben, weil er barmherzig ist. Denn Gottes Gegenwart würde sie zerstören. Sie sahen Gott also immer von hinten. Gott ging immer weg. Aber im Neuen Testament ist das anders. Sie kennen die Geschichte von der Frau, die Jesus Rocksaum berührte. Jesus drehte sich um und zeigte ihr sein Gesicht. Denn der neue Bund war gekommen. Und wir sehen die Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus Christus. Ich werde dich nie verlassen, sagt er. Selbst wenn du sündigst, werde ich für dich da sein. Und zwar für immer. Ist das nicht toll? Jesus hat den Preis am Kreuz bezahlt, damit wir für immer Gottes Gegenwart und sein Lächeln genießen können. Wir sehen Gott nicht mehr von hinten. Wir sehen sein Gesicht, das über uns strahlt und uns anlächelt. Trotz unseres Versagens und unserer Fehler. Trotz unserer Sünden und Schwächen. In Psalm 22 steht, schauen Sie her. Jesus sagt am Kreuz, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Jesus war ein richtiger Mann. Ich will Ihnen etwas sagen. Als er auf der Erde war, war Jesus ein echter Mann. Keiner war wie Jesus. Er ließ sich nicht von Krankheiten, dem Teufel oder Menschen einschüchtern. Er war cool und konfrontierte sie alle. Er war ein echter Mann. Aber wissen Sie, am Kreuz sagte er diese Worte, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Wissen Sie warum? Weil er unseren Platz einnahm. Damit wir alle, die Würmer waren, zu Menschen werden. Amen. Wenn man einen Wurm anfasst, macht er Ein Mensch packt das Problem an. Der Tod von Jesus hat sie zum Menschen gemacht. Männlich sind sie von Geburt an. Aber ob sie ein Mann sind, das ist ihre Entscheidung. Der Tod von Jesus macht sie zum Mann. Ganz schön ruhig in dieser Kirche. Sind sie alle Mädchen oder gibt es hier auch Männer? Ich sagte, der Tod von Jesus macht sie zum Mann. Eine der größten Klagen, die ich in dieser Gemeinde höre, ist, dass die Frauen sagen, Pastor Prince. Ich sage, ja. Die Männer in dieser Gemeinde sind alle so schüchtern. Sie übernehmen keine Verantwortung. Was sie damit sagen wollen, sie machen nicht den ersten Schritt. Und die Frauen sagen, wir können nicht den ersten Schritt machen, wir sind ja Frauen. Ich will sie im Namen von Jesus befreien. Es war einmal eine Witwe. Sie hieß Ruth. Eines Abends sagte ihre Schwiegermutter, Bade, ziehe deine besten Kleider an, benutze Parfum und geh zu Boaz. Sie ging und machte Boaz einen Antrag. Das steht in der Bibel. Sitzen Sie nicht rum und erwarten Sie, dass Gott Männer regnen lässt. Jesus wurde also zum Wurm, damit wir zu Menschen werden. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Wissen Sie noch, was Sie gesagt haben? Gott soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja. Tausend Jahre zuvor hatte David, der Psalmist, durch den Heiligen Geist das Leiden von Jesus vorausgesagt. Und die Pharisäer, um Jesus herum gesehen, die sagten, er soll herabsteigen. Soll Gott ihn noch retten, denn er vertraut auf Gott, wenn du der Sohn Gottes bist. Und wissen Sie was? Mit all dem will ich Ihnen Folgendes zeigen. Gehen wir zu Vers 13. Es umringen mich große Stiere. Jesus nannte am Kreuz die Pharisäer, die obersten Schriftgelehrten, Stiere von Bashan. Mächtige Stiere von Bashan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Wenn in der Bibel steht, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Wenn in der Bibel steht, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, dann ist damit nicht gemeint, dass der Teufel irgendwo da draußen im Wald sitzt, sich an einen Baum klammert wie ein Koala und wartet, bis die Christen aus dem Gottesdienst kommen. Und dann, jäääh, springt er auf sie drauf. Wir haben immer diese Vorstellung, dass der Teufel uns wie ein brüllender Löwe anspringt oder uns mit seinen Hosenträgern und seinem Dreizack hinterherrennt. Aber so ist es nicht. Haben Sie seine Worte am Kreuz gehört? Wenn du der Sohn Gottes bist, das ist das Brüllen eines Löwen. Und es kommt meist aus dem Mund von religiösen Leuten. Passen Sie also auf, was Sie sich anhören. Auch wenn jemand sagt, das sei ein christlicher Prediger, müssen Sie prüfen, was er sagt. Wenn sein Predigen Sie zweifeln lässt, ob Sie ein Kind Gottes sind, gehen Sie. Sie haben gerade das Brüllen eines Löwen gehört. Amen. Manche stehen nur auf der Kanzel, um sie abzukanzeln. Dabei sollen sie ihnen eigentlich helfen. Es ist eine großartige Verantwortung, Prediger zu sein. Wir sind Prediger der guten Nachricht, nicht der schlechten Nachricht. Amen. Was haben die mächtigen Stiere von Bashan gesagt, von denen Jesus sagt, sie brüllen wie ein Löwe? Sie sagten, wenn du der Sohn Gottes bist. Sie versuchten, ihn dazu zu bringen, Gottes Liebe und seine Identität anzuzweifeln. Denken Sie also an das Brüllen des Löwen. Wenn der Teufel wie ein brüllender Löwe zu Ihnen kommt, dann will er Ihnen Zweifel einreden, wer Sie sind. Und wenn etwas passiert, sagt er, siehst du? Siehst du, was da passiert ist? Bist du sicher, dass du ein Kind Gottes bist? Bist du sicher, dass Gott dir deine Sünden vergeben hat? Bist du sicher, dass Gott nicht zornig auf dich ist? Und dabei ist Gott das gar nicht. Mit dem nächsten Vers will ich schließen, preist den Herrn. In Römer 6, Vers 14 steht, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Sünde. Das Wort Sünde ist im Römerbrief 47 Mal ein Substantiv. Was sind Substantive? Menschen, Orte oder Dinge. Nur ein einziges Mal ist Sünde im ganzen Römerbrief ein Verb. Und doch denken wir meistens, wenn wir an Sünde denken, an falsches Tun. Aber Sünde ist hier ein Ding. Ein Dingen. Es ist ein Substantiv. Meine Tochter sagt so gern Dingen, dieses Dingen, das Dingen. Ich musste vor kurzem zu ihr sagen, sag nicht immer Dingen. Jetzt hat sie auch ihren Vater angesteckt. Also ein Ort, Mensch oder Dingen. Jetzt schauen Sie her, stimmen Sie mir zu, dass durch die Kraft der Sünde Krankheiten gekommen sind? Ohne Sünde gäbe es keine Krankheit. Durch die Sünde ist der Tod gekommen. Die Sünde hat Niederlagen, Armut und Depressionen gebracht. Wer stimmt mir zu? Sie ist die Ursache all dieser schlechten Dinge, nicht wahr? Und hier in Vers 14 steht, die Sünde, ein Substantiv. Es geht also nicht um ihr falsches Tun, sondern um die Sünde als Macht. Die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Ich frage mich manchmal, ob die Leute lesen können. Dieser Vers sagt so deutlich, dass die Sünde keine Macht über uns hat, wenn wir unter der Gnade sind. Und doch gibt es Menschen, die sagen, Pastor Prince, Sie predigen so viel Gnade. Werden die Leute da nicht verrückt? Nein. In meiner Bibel steht, dass der Teufel verrückt wird, weil seine Sünde keine Macht mehr über sie hat. Wir können sagen, dass Satan keine Macht mehr über sie hat. Dass alle Folgen der Sünde, alle Krankheiten keine Macht mehr über sie haben. Armut wird keine Macht mehr über sie haben. Vielleicht sündigen sie, aber sie hat keine Macht mehr über sie. Warum? Weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Was ist das Gesetz? Das Gesetz ist, was Sie für Gott sind. Was ist Gnade? Sie können also an einem Tag ein paar Mal unter dem Gesetz oder unter der Gnade sein. Sie verlieren dabei nicht ihre Erlösung. Sie verlieren nicht ihre Gerechtigkeit. Aber sie können unter dem Gesetz oder unter der Gnade sein, je nachdem, worauf sie sich konzentrieren. Ich will Ihnen noch kurz diese Übersetzung zeigen, meine eigene. Sie soll Ihnen helfen, es zu verstehen. Vers 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem seid, was ihr für Gott seid, sondern unter dem, was Gott für euch ist. Okay? Was bedeutet unter dem Gesetz? Was? Was wir für Gott sind. Und unter der Gnade bedeutet, was Gott für uns ist. Jetzt schauen Sie her. Innerhalb eines Tages kann das so aussehen. Sie hören eine gute Predigt über Gnade und gehen los und sagen, was Gott für Sie ist. Gott ist für mich Gerechtigkeit. Gott ist meine Gesundheit und meine Heilung. Gott ist für mich mein Hort und meine Burg. Mein Beschützer. Mein Bewahrer. Mein Versorger. Gott ist mir mehr wert als Silber und Gold. Gott ist alles für mich. Amen? Je mehr Sie sich dessen bewusst sind, was Gott für Sie in Jesus ist, desto mehr sind Sie unter der Gnade. Aber je mehr Ihre Gedanken so aussehen, hat Gott gefallen an mir? Ist Gott zornig auf mich? Habe ich vor Gott etwas falsch gemacht? Ist Gott zufrieden mit mir? Habe ich etwas falsch gemacht? Wenn Sie darüber nachdenken, was Sie für Gott sind, dann sind Sie praktisch unter dem Gesetz. Und darum gewinnen die schlechten Dinge Macht in Ihrem Leben. Das Gesetz lässt Sie auf sich selbst schauen. Die Gnade lässt Sie immer auf Jesus schauen und darauf, was Gott für Sie ist. Amen? Überlegen Sie nicht, was Sie für Gott sind. Ihre Beziehung zu Gott basiert nicht mehr darauf, was Sie für ihn sind. Ihre Beziehung basiert darauf, was Christus für Sie ist. Amen? Er hat Christus zu Ihrer Gerechtigkeit gemacht. Ich werde dir Freundlichkeit erweisen, um Jonathans Willen. Mephibosheth, es geht nicht mehr darum, was du für mich bist. Du könntest stinken und dich seit Jahren nicht mehr rasiert haben. Es geht nicht darum, was du für mich bist, sondern was ich für dich bin, um Jonathans Willen. Amen? Das macht uns kühn. Es macht uns mutig und selbstsicher, sodass wir mit einer Wasserpistole in die Hölle rennen könnten. Amen? Amen? Aber passen Sie auf das Zischen der Schlange und das Brüllen des Löwen auf. Wenn du der Sohn Gottes bist, warum passieren dann all diese Dinge? Wenn du Gottes Kind bist, warum passieren dann all diese Dinge? Warum? Wenn du ein Kind Gottes bist, warum tust du dann das Falsche? Zweifeln Sie nicht. Manchmal landen Schmetterlinge auf einem Müllhaufen. Sie sind trotzdem noch Schmetterlinge. Haben Sie schon einmal einen Schmetterling auf einem Müllhaufen gesehen? Und er ist wieder eine Raupe. Und eine Stimme aus dem Himmel sagt, Pech gehabt, schade, warum landest du auch auf einem Müllhaufen? Nein. Schmetterling, flieg. Flieg weg aus dem Müllhaufen. Denn du bist immer noch ein Schmetterling. Fröhliche Boxfrage. Schmetterlinge. 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 Schmetterlinge.